Ich werde einfach mal reingehen, ja dann muss ich doch Polizeigewalt, oh nein die hat gelbe Augen, Polizeigewalt, bleiben liegen, gelbe Augen ist, was blinkt eigentlich da hinten, was blinkt da hinten rot, ich weiß es nicht, ist egal, Polizeigewalt, es geht los, ein mehrstockiges Haus, oh ja, open steht hier drauf, open, wenn wir mal reingehen, wenn es oben draufsteht, Oh, ich glaube hier ist eine Druckerei, Druckerei ist doch schon mal nicht schlecht, da könnte vielleicht irgendwas drin sein, an Säure vielleicht, natürlich bin ich hungrig, warum sollte ich auch nicht hungrig sein, oh fuck, ich habe Bock, es ist nachts, oh, hau ihn, hau ihn, verpiss dich doch jetzt, ich kann doch nicht so viel, dass ihr sauer seid, Lass mich doch in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, ja, verpiss dich, verpiss dich doch einfach, ich lage ihn jetzt richtig so, Polizeigewalt, immer schön Polizeigewalt, ja ich habe Hunger, ich sehe das schon, oh, du richtig schönes Verbandskasten, das ist sehr schön, der brauche ich auch nicht weg, Große Rinderfleischagout, Schmerzmittel und Eisenbolzen für die Armbrust, sehr schön, oh nein, nein, oh schon wieder, Polizist kommt hier schon wieder, Ich kann kotzen bei den Typen, verpiss dich doch endlich, alter, warum sind die überall die scheiß Cops schon wieder, was machen die bitte, warum, warum ist hier eigentlich eine Tür offen, warum können die Cops durchkommen, Scheiße, von hinten kommt auch noch einer an, Hermann von hinten, wie Hermann von hinten kamen die einfach an, Ehe, 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 Ehe ich brauche kurz irgendwas essbares nutzen apropos essbares ja benutzen so es kurz irgendwas ist einfach irgendwas so ja ist direkt gut dann mal auf geht's ja natürlich natürlich ich höre ich doch schon ich höre ich doch schon gar nicht zum guten so ist eine lampe die runter hängt kaputt trisor 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 sonst irgendwo jemand wie so schloss knacken aber in die drehe ich konnte ein schloss knacken mit einem trisor ich war da gehen so ein niedrig ausreichend ich habe 30 ok ja und 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 noch nicht juhu ich habe munition gefunden und ein toten gräber mod für was ist der denn schon verhört sich so das müssen jetzt in meinem ganzen muniz hier ist auch nichts hinter den türen ist bestimmt was rat immer wo ich jetzt nicht hingehen werde hinter die türen um so wir haben ja alle zeit der welt so dass man stock sollte ich mir kurz mal reparieren der ist ein bisschen kaputt von der ganzen polizei gewalt was ist denn nachts gerade da seid ihr immer ich habe nicht gesehen dass wieder aufgestanden bist so ich habe mich schon wieder infiziert ich kann doch kotzen guckern aber ich gar noch und ich dabei habe natürlich lasse ich den honig den ich rausnehmen tue ich wieder rein was bin ich denn für ein ist egal ist egal ist es sowieso mitten in der nacht kannst du eh nichts machen naja ich habe immer ein fuß oder mein bein oder man nach einer englis ein bisschen angeschlagen ist das ist nicht so warum kaputt machen wir uns griff ins klo machen ein griff ins klo wir haben papier aber ich war nicht gespülen du bist in der stadt ja ich bin im westen ja ein wunderschöner tag gerade oh ja ja die viecher hier schon die ganze zeit über hier irgendwo rum rufen wir gehen mal weil sie hoch hier oben wird bestimmt irgendwas ein nein verpiss sich doch mal oh fuck ich bin am arsch ich bin tot oh scheiße jetzt muss ich die ganze scheiße mit dem fahrrad zurückfahren oh ich kann schon wieder kotzen ah ok was ja hallo bär hallo hallo bär schön dass du da bist oh hier läuft ein zombie da hab ich doch nicht mehr beachtet ja bestimmt total beachtet weil mich halt erst mal so irgendwo muss ich jetzt noch mal wieder hin ich dachte in der druckerei was in der druckerei war eigentlich nichts wirklich halt auch außer dem zombie die fressen direkt auf die fresse direkt direkt polizeigewalt komm her komm doch komm doch die bin ich drauf gegangen ich will alles gerade vor dem umweg gefahren noch auszukommen kann ja viel schneller fahren nehmen hier ist ja sogar mein bike man werde mich mal ganz kurz um den zombie kümmern werden ja aber abstechen steche ich ab oh tat dir weh ne ich stehe dich ab ich stehe dich ab ich stehe dich ab ich stehe dich ab ne was muss ich hingefallen und jetzt bam zack und ich stehe dich ab ja so schnell warum gewittert das denn schon wieder bei mir ist das voll am gewitter gerade bei mir regnet es aber kein gewitter und dahinten ist es auch komisch aus und haben wir ein schönes geschmiedetes eisen und eine eisenpickel auf fünf sehr schön hallo frau die zeitgewalt kommen sie her kommen wir ja was wollen sie boah ist sie weggefetzt bam jetzt nochmal zack ja stimmt ja du hast die ganzen dietrich hier willst du dietrich hier aber ich knack den jetzt mit der spitze auf komm her komm her komm her ach bam ist hier noch einer das war's das messing einen wunderschönen kaffee und eisenbolzen für die armenbrust munition 23 sehr schön na die fühlt man eigentlich ganz gut naja so grad mal äh aufbewahren was die aufbewahren ja das können wir aufbewahren das können wir aufbewahren den kaffee kann ich nicht gleich sauf oh scheiße scheiße warum ist hier denn schon wieder ein pisser hinter mir geh doch zur fucking schule gerade mal ja es ist noch schule wir haben noch obst im haus du penner verstehst du endlich wir haben noch beschissenes obst im haus alter ich bin da noch schon wieder jetzt reicht's mir ich hab einen schuss drin bam so ach toll ich messer dich jetzt einfach weg oh hab ich dich abgestochen konnte das denn passieren nachladen so ich will hier einfach nur mein loot weg bringen mir kommt ständig neue zombies raus einfach sei doch jetzt mal ruhig hier ich will doch einfach nur mein loot hier reinschmeißen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal